Hallo meine Lieben, hier live vom Maybelline-Stand. Boris Lentrop wird da hinten. Alle Mädels rasten aus. Er schmeißt um mit Beauty-Produkten und hier wird gleich das Live-It-Vivid-Tutorial stattfinden. Das könnt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Super schöne Textur. Einmal gut aufgefasst nochmal. Ich setz immer hier oben erstmal an. Und noch einen Nagel an die junge Frau. Nimm mir, nimm mir, ja. Hallo. Wir beruhigen die uns einmal ganz kurz. Ich brauch auch mal ein bisschen frische Luft hier vorne. Weil ihr bringt euch echt zum Schwitzen hier. Wir fangen jetzt an mit dem Live-It-Vivids. Das heißt, es geht um einen Mud-Look. Wer möchte von mir ein Make-Up bekommen? Ich glaube, ich stelle mich auch mal dazu. Mal gucken, ob ich auch noch was abfangen kann. Schau. Genau. Weitermachen. Zauber. Einmal hören. Einmal in den Arm.